jo leute willkommen zurück zu twilight war kraft und hier und jetzt gehen wir zu mir oder wie zu mir zu mario ja ja leute da steht ein schild ich drück mal den knopf da wir drei zwei und gewonnen du hast schon gemacht oder das kann nicht so schnell blickt doch keiner durch ich musste nur grad aus runterfallen ja gut ich habe es auch geschafft es ist total einfach eigentlich mag ich probierst du noch mal eigentlich ja jetzt muss eigentlich nur gerade irgendwo runter fallen ja an der stelle ist auch gestorben war eine stelle wo du ich glaube hier irgendwo stand ich ich glaube hier und wo ist es nicht ziemlich geradeaus runterfallen ja ja hier schau und ich bin hab's wieder geschafft wir haben wo ist jetzt hier das komische ja keine ahnung wir suchen noch die topien ja ich frage jetzt aber nur weil ausreichend treffen hier ist gar nix ist gibt es glaube ich nicht weiß nicht bei schwer haben wir noch nie eine gefunden foto kurskonsäure juhu ich bin punkt kriegst du nicht weil ich war schon vor der verdicht ich einmal wieder alle hierher und ich würde sagen da die runde so schnell ging machen wir fokus pokus gleich noch genau es ist wieder das gleiche ja jetzt war schalt wenigstens fokus pokus sind das martin ich warte doch ich habe nur menschen gesetzt fokus pokus ach du scheiße das ist jetzt bestimmt noch mit solchen dingern ich werde diesmal start drücken ich will start drücken ja warte mal was mag es wieder da ja weil er soll ich sagen kann ich jetzt ja jetzt kannst du und der fack wer so geleckt oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich bin wieder her und bin ich wieder in lobby ist dein problem und wieder fokus pokus schnell nach der wurden jetzt unter mir weg nein tut er nicht hier we go alter scheiße ich glaube wir dürfen den spawnfall nicht auf das grüne oh 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 fast wie er versucht eine gescheite position zu finden ja das ist echt schwierig ich gucke mir das ganze jetzt erst mal von oben alter markus lebt da unten alter sogar wenn du dich ganz alter alter ich habe ich habe ein secret ich habe es nicht schütten das ist ausprobieren ich cheat nicht ich habe mich ganz am rand gestellt da kannst du quasi geradeaus runterfallen aber ich habe gesehen du musst unten eine stelle treffen die zwei mal zwei groß ist das heißt du musst dich irgendwann perfekt platzieren irgendwo irgendwo hier glaube ich irgendwo hier bleiben ist nur der nedel und ist ja das ist verboten aber das war schon wieder sehr erfolgreich dafür dass die eine so leicht war ist das ist richtig behindert aber richtig da hier 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 weg ich habe auch einen guten weh gefunden hier irgendwo auch scheiße nein ich muss hier hin ich habe hier das gute gefühl hier oh nein nein ich drücken mal kurz ne passt schon nicht zuerst um die alte alter das ist meine stelle oh mein gott nein nein ich habe es geschafft schon wieder aufbord okay oh leck Markus müssen beides lappen weißt du das wir sind alle drei lappen naja ok jetzt 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 ist konzentrationsphase das ist richtig behindert hier richtig schwer ja die farben ficken also mir hat wieder ein block gefehlt um es zu schaffen ich weiß jetzt wo ich hinter mir fehlt immer blöcke wenn mir fehlt ein ich bin immer am letzten hindernis glaube ich hängen oh mein gott weiß wo ich hin muss oh mein gott zum glück haben wir kein descounter eiskalt gewinn oh mein gott oh nein ich bin wieder lobby der eine der einig macht es irgendwie zurück in die lobby und der andere ist ja und steht auch da drauf zurück ja aber wenn ihr nicht aufpasst dann drücke ich euch nur aus dass ihr den zurück zur lobby klopft die mit dauert ewig das glaube ich auch ich habe die lava schon oder wird ich habe die oh nein ich war einfach instant wieder wie behindert ist das ich spawne und falle ja weil er kaum noch gerade am klopfen oh man schicksal ne weiter mein platz oh nein nein ich habe einen weg also Sven seine Markus wir müssen Sven seine position kippen die ist gut die hier alle haben gleich den Ast gestorben saugeil wir haben alle drei nebeneinander aufschlagen bam so ein dreifach Ton oh das habe ich nicht gesehen na zumindest kam ich am weitesten nein so weit geflogen das ist doch behindert aber du bist so ein Arsch aber die Sache ist ich habe es überlebt und du nicht ja genau deswegen ist ich jetzt neben mir ja aber ich bin viel weiter gekommen oh man das ist sch... schwarze dinge ich sieht man so scheiße ne ja so ungefähr war dieser gelbe gang auch der hatte schwarze wände und gelbe blöcke und du bist einfach so so schnell runtergefallen du hast einfach nichts mehr als schwarze ich habe es geschafft ich habe gewonnen fokus pokus nein ach nein ach fahrtsam porte ist ja nur glück alter ist ja ja das ist kein können das ist kein können das ist nur Lack ja 400 ist kein können ne außer du weißt wo du ja zweimal ja voll so dann würde ich sagen was ist wieder mit der Folge ne ja können wir so machen dann waren es zwei okay bis zum nächsten tschuu Bis zum nächsten Mal.